Die Edgar-Wolles-Welle wogt weiter. Jetzt erscheint, mit Spannung erwartet, die seltsame Gräfin. Ein sensationeller Fall, ein sensationelles Verbrechen, eine sensationelle Besetzung. Lil Dagova, endlich wieder in einer überragenden Rolle. Unheimlich, Skandal umwittert, geheimnisvoll. Die seltsame Gräfin. Ich bin Gräfin Leonora Mohr. Niemand hat das Recht, mich anzurühren. Dazu Joachim Fuchsberger, Brigitte Grothum. Nein, nein, ich glaube das nicht. Nein, das glaube ich nicht. Marianne Hoppe, Rudolf Fernau, Richard Häusler, Edith Hanke, Eddie Arendt, Fritz Rasp, Reinhard Koldehoff, sowie Klaus Kinski. Ich muss das doch tun. Ich beschuldige Sie des versuchten Mordes an dem Butler John Adams. Wessen beschuldigen Sie mich? Irgendetwas Unheimliches kommt auf mich zu. Irgendetwas, ich weiß nicht, irgendetwas Unfassbares. Bei Gräfin Mohr und auf Schloss Kornerflett bist du in Sicherheit. Was sollte denn schief gehen? Wenn etwas schief geht, sitzen Sie mit Ihrem Sanatorium ganz schön in der Tinte. Er hat angeordnet, dass... Lass Sie mir von diesem verrückten, betrunkenen Doktor nichts vorschreiben. Glaub nur nicht, dass ich mich vor diesem grässlichen Kerl fürchte. Du bist doch mein lieber gehorsamer Sohn, Söhn, nicht wahr? Lassen Sie mich los! Ich weiß, wo man hier verschleppt hat. Man will mich wieder einsperren. Das ist Ihr Haus! Aufmachen! Hilfe! Lassen Sie mich zu hier, bitte. Bitte lassen Sie mich zu hier. Zurück! Zurück! Sochthäuslerin! Sie bleiben hier Doktor, nicht wahr? Ich bleibe hier. Sie müssen bei mir bleiben. Hören Sie. Ich habe Angst. Angst? Wer soll ein Interesse daran haben, Miss Riedl und ihre Mutter umzubringen? Wer? Ich will es Ihnen sagen. Allein schuldig an der ganzen... ... ... ... ... ... ... Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Ein neuer Beweis dafür, die seltsame Gräfin.